so und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge my time auf mein kanal heute sind wir in der fünften sechs fünf fünften folge doch fünften erst so kann schon sagen es hat sich ein bisschen was geändert bei uns sind keine chickens mehr hier die sind alle 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 getötet worden und ich soll jetzt neue holen das ist heute so meine aufgabe und nein nein ich werde vergessen auch die er ich hab ich mich alles gut dass mich gut mann ich hätte mir noch ein schwebkopf war auch um nach der aufnahme die ihr gestern gemacht wurde sehen hat noch ein bisschen fahren und haben wir halt ein bisschen heißen geholt und halt nicht viel aber halt ein bisschen und johol jetzt könnten wir theoretisch ein paar hühnchen und besten die hier so irgendwie in der nähe sind das wäre die rex verpisst euch ich kann ich kann es müssen nachher auf jeden fall Prozent 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 so um sie kennt doch das geht erst mal noch das gelettchen und hier wird wahrscheinlich auch nicht viel mit zeitraffer jetzt gearbeitet tut mir leid aber das ist so weil wir können ja ein bisschen zwischendurch labern und hühner holen dafür braucht hier auch kein zeitraffer die lamas weiß ich nicht ob ich die mal irgendwie einbauen solche und den ich bitte no nein du scheiß gelett gefahren machst du das oh man oh mein gott der hühnerflüsterer ja komm, komm, you're fine, you're fine ja easy ja ok du kommst nicht so, fine ähm, am besten finden wir jetzt noch mehr, ne hat er irgendwie Probleme oder so, jetzt sind zwei leute live, ja, moin, 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 leute, dann komme ich wieder mit man auf, auf, ja, na, aufnahmen, ich kann nicht sprechen ich glaub hier sind irgendwie keine Hühners mehr also eins reicht ja erstmal, wenn wir dann da von Aja bekommen, ETC aber dann die Hühner schmecken lecker, muss ich sagen was war das? Hühnchen, komm mal her, kommst du hier so lang? hmm, lass uns mal an einer wegen hier, kommst, ja, hier kommst du ich glaub ich ich bin so unproduktiv oh ja mach ich mich dann macht münchen okay vielleicht kriegen wir aus dem ei was ich da eben noch auf dem weg gelegt hat auch noch was raus und falls ihr euch fragt wann man live stehen kommt ich kann es wirklich nicht sagen das ist schwierig das ein lacker das ist echt schwierig ich kann sondern ich kann euch gar nichts versprechen weil du bei zackertäufe macht macht fahren gerade ein bisschen ich will den geben wir eben einbrechen und euch das mal von zackertäufe alles zeigen weil er hatte viele im live stream gebaut und hier war eine hühnerform 3 um ja und das habe ich gerade erst stört bittes jetzt gehört ich bin noch immer nicht um nio er hat auch schon gut gefahren bdc das ist ein geiler hinterher dieses bett ist belegt im ich gehe glaube ich lieber mal wieder raus hilfe stimmbekannten mal wieder das feld abwehren ich trampel mit meinen fetten füßen darauf die sind nicht so weit ich glaube bis hier haben wir mal ich weiß nicht mehr schweiß drauf so dann kommen hier noch mit potatoes hin alles desbunt ich war auf k ich auch tun nur so als wäre es belassen oh man auch nein du kleiner willst du jetzt lustig sein oder ganz ruhig maurice ganz ruhig dein video wird auf jeden fall gestrike dem monetarisiert auf jeden fall so viel kann ich sagen und falls ihr lange weile habt leute könnt ihr mir mal ideen für hier oben reinschreiben in die kommentare weil ich bin mir nur nicht so ganz sicher was ich hierhin mache wer vielleicht mal geile idee dabei in den kommentaren werde ich die wahrscheinlich umnehmen und insgesamt ich werde mein haus eben noch irgendwann ändern oder ganz abreißen und neu bauen aber halt insgesamt vielleicht könnt ihr mir mal ein paar ideen schreiben etc wäre ganz gut kann ich immer gut gebrochen so ein paar weizen kann aus ihr könnt keine bekommen aber ihr bekommt noch mal auch schweiß weiß ich nichts geworden ich werde aber immer ein bisschen bei ich weiß gar nicht wie sieht das aus was ist jetzt hier unter mir ja moin ich glaube ich wollte hier irgendwo einen keller runter bauen so so circa ja gut da komme ich denn hier an ach ja moin auch schon wieder vergessen so war eine gute idee irgendwann muss ich mir mal einen keller machen der wird dann wahrscheinlich hier so geht und dann hier so ein bisschen das wird schon was aber naja ich würde erstmal für diese folge sagen war es das haben ja ein bisschen was sehr wenig geschafft genau die vor allem naja aber es geht aber ich wünsche euch jeden fall noch einen schönen tag lasst gerne aber und leichter und dann wie ich sagen tschüss so so Untertitelung des ZDF, 2020